So, ich habe mal wieder ein bisschen was bestellt, so wie eigentlich immer und da mein Lieblingsmesserhändler auch andere Sachen immer im Angebot hat, habe ich mir gedacht, muss ich mir mal ein paar Handschellen bestellen. Natürlich in schwarz, ich liebe schwarz. Und deswegen habe ich sie mir in schwarz genommen für 4,49 Euro das. 4,49 Euro ist wirklich okay. Die hat er auch noch in Silber da mit zwei Schlüsseln für 4,39 Euro. Ich werde euch beide hier drunter verlinken. Sind, ja, ich sag mal qualitativ. Sind die schon wirklich, upsala, also es ist geblockt. Sind die ganz okay? Die Kette dazwischen ist ein bisschen, ja, die ist aber, doch, die Handschellen sind schon okay. Also von der Qualität her für 4 Euro kann man da nichts sagen. Klar, sind das keine Polizeihandschellen, davon habe ich auch noch welche da. Da sieht man dann schon die Qualitätsunterschiede. Aber vom Stahl her ist es wirklich, äh, doch, 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 ist die Qualität ist gut. Na gut, ich kriege hier jetzt auch keinen Lust, die Schlüssel abzumachen. Ähm. Müsste man mal im Einsatz testen, ob die Dinger was aushalten, aber, äh, ich sag mal, allemal besser als Handschellen, die du bei Eis.de oder so bestellst. Das sind ja wirklich, ist ja das billigste, das billigste Metall von allem und die biegen ja auch einfach mal gar nicht zum, äh, die hier sind schon vom eigenen, vom Grundgewicht her. Ich weiß gar nicht, was die für ein Grundgewicht haben, das müsst ihr mal gucken. Ein paar Gramm werden die haben, steht natürlich nichts bei, stabile Ausführungen, schwarz, jajaja. Ja, okay. Einwand frei. So, jetzt habt ihr die Dinger mal gesehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wie gesagt, Link ist unten runter, ihr könnt mir auch einen Kommentar da lassen. Ich wünsche euch noch, trotzdem noch mal einen schönen Tag. Schon zum 30. Mal, aber ist egal. Bis dann, dann, ciao.